Hey Leute, willkommen zu Let's Play Minecraft, der Demo-Version Wir sind in dem letzten Part, äh jetzt schon ein paar Tage erst, ich glaube vor Weihnachten, ja haben wir ein bisschen weiter gespielt, ich bin der Zeit ein bisschen krank gewesen und so, mir geht es jetzt aber inzwischen besser deswegen konnte ich auch, weil es mir nicht gut ging, allgemein nicht aufnehmen und ich spiele Demo jetzt weiter, wir sind Tag 4 glaube ich, Tag 3 oder Tag 4, ich glaube Tag 3 Heißt wir haben noch 2 Tage, ja wir haben noch 3 Tage, ja wir haben noch 3 Tage und wir waren hier in der Wüste gesteckt gewesen, wir waren dabei die Wüste zu erkunden, wir haben ja im letzten Part ein paar Dörfer gefunden Ich schaue hier nochmal die Werkbank auf, mal nochmal ein Boot ich schaue hier jewels ich schaue hier ich schaue da unten ich schaue hier ich schaue hier ich schaue hier ich habe mir gedacht, dass ich am Ende der Demo noch mal ein kleines Haus baue 90 cm haben wir jetzt also das Stück reichen irgendwann fahren wir jetzt ein bisschen weiter so so Vielen Dank. Ich werde am Ende der Demo noch mal ins Ende gehen, falls es hier in der Demo geht. Ich werde am Ende der Demo geht. Okay, das ist ein Winterbjom. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob es ein Winterbjom auch im Dorf gibt. Ich werde es jetzt aus dem Schnee beherrscht, würde ich in Deutschland legen. Okay. 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 mir persönlich gefällt das bieter gerade schon so so runter die Gasen lasse ich lieber und wir haben auch an der Katzen ein paar Stoffen gefunden gibt es ja auch ein Dorf aus den Fichtenvionen sehr meiner Meinung nach nice Musik zu geben oder einfach nur ein stinknormales Eichenwurz drauf ja also wir waren mit der Weihnachtszeit wir haben die Weihnachten zu verbracht und so wir haben die Weihnachtszeit 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 wir haben die Weihnachtszeit und so Ja. Ja. Jetzt braten wir jetzt ein bisschen Glas. 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 Jetzt wird es schon wieder dabei gehabt. Jetzt braten wir jetzt ein bisschen Glas. Jetzt braten wir jetzt ein bisschen Glas. Jetzt wird die Demo wahrscheinlich irgendwann nochmal resetten und dann werden wir jetzt ein bisschen was. Jetzt braten wir jetzt ein bisschen Glas. Jetzt braten wir jetzt ein bisschen Glas. Jetzt braten wir jetzt ein bisschen Glas. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.